Die nächsten drei Tage bleiben wir in Düsseldorf. Denn alle drei Bilder hängen in den zahlreichen Museen von Düsseldorf. Düstere Wolken ziehen am Himmel auf, Raben krächzen laut. Was ist geschehen? Auf dem Bild siehst du keinen, der einen Stein in seinen Händen hält. Neben ihm liegt blutend auf dem Boden sein Bruder Abel. Adam und Eva bekamen zwei Söhne, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Kain wurde Ackerbauer und Abel Hirte. Um Gott zu verehren, brachten beide Söhne Opfer dar. Gott bevorzugte die Schafe von Abel. Das machte Kain so wütend und neidisch, dass der eines Tages Abel in einen Hinterhalt lockte und ihn mit einem Stein erschlug. Der Maler dieses Bildes lässt einem beim Anblick dieses Bildes die Geschichte spüren. Die Stimmung im Bild ist düster und schrecklich, wie die Geschichte selbst.